Wo in einem Hinterhof der Bitburger Peterstraße bis vor kurzem ein Haus stand, klafft nun eine Lücke. Bloß ein paar Mauern sind noch von ihm übrig. Ganz besondere Mauern allerdings. Sie sind teils römischen, teils mittelalterlichen Ursprungs und stehen an einer Schlüsselstelle der Bitburger Geschichte. Ab Februar wird sie von Archäologen unter die Lupe genommen. Sie untersuchen das Umfeld von Turm M, einem der 13 Rundtürme, von denen aus römische Soldaten das Kastell gegen Feinde sicherten. An diesem Turm verschmilzt die römische mit der mittelalterlichen Geschichte der Stadt. Die Stadt hatte entschieden, Turm M freizulegen und in Teilen zu rekonstruieren, weil hier die im Jahr 1340 erstmals erwähnte mittelalterliche Stadtmauer an das römische Kastell ansetzt. Die rückwärtige Mauer des Hauses hingegen, so hoffte man vor dem Abriss, könnte Teil des Kastells gewesen sein. Und tatsächlich scheint sich dies zu bestätigen. Allerdings fand man in ihrem mittelalterlichen Mörtel. Dies könnte darauf hindeuten, dass das römische Kastell im Mittelalter nochmals renoviert und verstärkt worden ist. Genaueres werden die Untersuchungen im Februar zeigen. Und das ist das Römische Kastell.